Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Banoki mit Die Lange Leitung. Die Lange Leitung heute wieder mit Marc Hagenbeck, unser Mastermind auf Shoki Banoki. Mentalist und Gedankenleser. Mal gucken, was für ein Gedankenleser wirklich ist. Entschuldigung. Und die Kim ist auch da. Kim aus Berlin. Hallo Kim. Hi. Kim kann man auch auf ihrem YouTube-Kanal finden, wenn man möchte. Kim, sag mal, dein YouTube-Kanal. Einfach Kim Weber. Oder Kim Weber Design. Einfach Kim Weber Design. Ist ja total easy peasy. Die Kim hat auch einen Gegenstand heute vorbereitet, den der Marc und ich versuchen zu erraten. Und Kim, bitte leg los. Okay, ich halte jetzt die Gegenstand in die Kamera. Leute, passt auf. Cool, oder? So, mein Hinweis dazu ist, es hat verschiedene Seiten und kaum einer kann es lösen. Es hat verschiedene Seiten und kaum einer kann es lösen. Ja. Ich weiß es schon. Ich weiß es, glaube ich, auch schon. Das könnte die kürzeste lange Leitung-Show der Welt sein. Ja, genau. Das ist die kurze Leitung heute. Pass mal auf. Wer darf es lösen? Wer darf es lösen? Du darfst lösen, Sascha. Komm. Das ist ein Rubik's-Würfel. Ja, toll. Das war die kürzeste lange Leitung ever. Die Kim hat sich mal was richtig schweres ausgedacht. Mein lieber Scholli, Kim. Mein lieber Scholli, aber ehrlich. So Kim, Respekt und Anerkennung, da hast du aber lange für gesucht. Oh Mann, ey. Na toll. Oh Mann, ey. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sehr sicher, dass der Marc was anderes gesagt hätte. Und jetzt tut er so, als ob. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, was wolltest du denn sagen? Ich wollte eigentlich Bratpfanne sagen. Ja, genau. Bratpfanne wäre natürlich auch eine super Lösung gewesen. Ach Mann, schade. Ja, Kim, ist ein bisschen peinlich jetzt. Ach Kim, nimm es nicht so tragisch. Komm, alles gut. Blöd, ne? Genau. Ja, also ich würde mich jetzt in Grund und Boden schämen an Kims Stelle, aber egal. Naja, macht ja nichts. Ich wollte es einfach halten. Das war heute die kurze Leitung bei Shoki Manoki. Beim nächsten Mal könnt ihr wieder versuchen mitzuraten, aber da wird es bestimmt ein bisschen schwieriger. Ich sage, cheerio mit Sophie an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Kim. Ciao. Oh Mann, ey. Das war die lange Leitung auf Shoki Manoki New Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020